So, und hallo und herzlich willkommen zurück bei Roach Legacy, ähm, ja, ich lade dann einfach 17.0 die Folge irgendwie hoch, denke ich mal, die erste dann, die ich eben aufgenommen habe. So, wir haben ein bisschen HP bekommen und stehen kurz vorm Boss, fight! Scheiße. Äh, okay, das ist jetzt nicht so gut. Ja, toll, wir standen kurz vorm Boss, naja, ist egal, wir standen kurz vorm Boss, fight! Aber wir haben echt gut ausgeteilt letzte Runde. Naja, gut, nehmen wir mal heute den. Und heute können wir ja mal, ich will hier noch gar nicht mal sowas upgraden, ich will mal zum Schmied, weil der hat ja Sage Sword Damage 41. Gut, das würde sich ja lohnen. Nein! Dammit! Äh, was haben wir denn hier? Amor, das ist auch gut. Haben wir die schon? Die haben wir schon. Night Limbs, Wade, minus 15. Magic, brauchen wir eigentlich nicht. Plus 5 Critical Shales. Äh, dann mache ich erstmal das Schwert. Ähm, jetzt haben wir noch 450. Reicht das noch? Gequipt. Ähm, nee. Aber vielleicht können wir noch was verzaubern. Die sieht irgendwie merkwürdig aus, die Frau. Ich weiß auch nicht. Ähm, den Dash haben wir schon. Ja gut, dann haben wir ja alles soweit. Gehen wir nochmal zum Manor. Dann gucken wir mal, ob wir noch was machen können hier. Equip up. Upgrade Night haben wir schon. 500, 380. Ne, haben wir eigentlich alles soweit. Dann nehmen wir hier nochmal Mana. Whatever. 41. Hm. Okay. Dann probieren wir das nochmal. Ich liebe den Double Dash irgendwie. Naja. Dann probieren wir es nochmal. Im Prinzip machen wir jetzt genug Schaden. Haben wir das nicht eben schon? Naja gut. Oh ja. Oh, 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 oh. Das macht aber ordentlich Damage. Hm. HP. Ah. Bin ja farbenblind. Warte mal, wie war das? Genau. Genau. Nicht. Na guck. Ah, okay. Naja, haben wir ja erst ja fast. Oh. Spellfound X. Coole Sache. Alter. Wie viel Damage das doch jetzt einfach nur macht. Wood. 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 So, Schnauze. Ich fühl mich so overpowered auf einmal. Wow, das war ja. Alter, ne. Da, da. Sag mal noch was hier. Ah, wie komm ich denn hier runter genauso? Da, da, das, da, das war jetzt. Da hab ich aber jetzt einen Run gehabt. Du. So, ich geh rüber. Äh, nö. Oder doch? Oder nein, oder doch? Kommen da unten Spikes raus? Natürlich. Oh, the fuck, man. Der wird zurückgesetzt, ne? Ja. Schade. Sehr schade. Hätte ich gern, äh, kaputt gekriegt, aber nur gut. Der wollte nicht. Seck, ne. Du warst ein. So, Mage. Naja, dann nehmen wir den. Mh, 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 mh. Können wir nix machen, ne? Ne. Äh, gut. Dann lassen wir das. Geben dem unser Gold. Und gehen nochmal rein. Immer dieses Handy. Warte mal, ich muss mal eben. Und. Und stumm. Ne. So, genau. Kann ja nicht wahr sein hier. Ständig dieses Handy. Oh, mein Gott. Okay, das war doof jetzt, aber, naja. Egal. Scheiße. Das ist das, jedes Mal dasselbe, man. Ich komm da nicht hoch. Ich will auch nicht da hoch. Geht's da noch weiter? Da geht's eigentlich noch weiter. Heilige Scheiße. Was sind das für Räume? Was sind das für Räume? Oh, Gott. Okay, das war jetzt aber. Puh. Ich hab nichts gesagt. Na gut, egal. Äh, Tourette. Ectomor. You're a skinny, so every hit, since you're flying. Mh, das ist. Nehmen wir den. Tja, 10 Gold. Heilige Scheiße, ist der fett. Alter. Oder sie. Schriep. Der dürfte jetzt auch noch ein bisschen mehr Schaden machen. Hätte ich mal in den Trainings dann hier ausprobieren können. Naja. Oh, wow. Wenn der mal nicht overpowered ist. Aber ich glaube, es wird mir trotzdem irgendwie nichts nützen. Schnauze. Oh, so. Ähm. So. Ist doch fast gut gelungen. Mh, mh, mh. Alter. Im Ernst. Das ist. Oh, manchmal packt die Steuerung auch noch so. Dann kann man sich nicht umdrehen und dann. Oh. Ja, bumm. Zack. Wollt ihr mich alle vollkommen verarschen. Wollt ihr mich vollkommen verarschen? Ich muss eigentlich noch mal zurück, ne? Alter. Ohne Scheiß. Wollt ihr mich diese Viecher hasse? Na. Äh. So. Durch hier. Lebt das Bild da oben? Ich glaube nicht. Einfach mal durchschlagen. Nein. Okay. Äh. 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 Noch ein bisschen HP. Oh, das Bild. Gut. Das Bild haben wir ganz gut gemeistert. So. Den auch. Ja, das sieht man noch, dass das lebt. Das hing da schon so komisch. Das ist aber ein echt großer Raum hier, ne? Heiler. Heilige Scheiße. Heiler. He. Okay, Bossraum. Bin ich dann eigentlich noch nicht bereit für. Oh, wir haben schon wieder fast 1000 Gold. Äh. Soll das was heißen? Hier drüber ist auch noch ein Raum. Okay. Oh, ein Blueprint. Night's World. Ich glaube, das haben wir aber schon. So. Vorher. Ich weiß nicht, ob wir weitergehen sollen. Nö, sollen wir nicht. Also hier zumindest nicht. Ähm. Nein, Alter. Scheiße, Mann. Ja. Toll. Scheiße. Okay. Das war's dann. Für diese Folge, würde ich sagen. Ja, doch. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Roach. Bis dann. Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank.